Ich hatte eben schon mal eine Nummer von denen gehört, jetzt kommt die zweite. I'd come for you, neck and neck. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal jemand von euch auf die Bühne gestanden? Nein. Nee, kennt das jemand? Du, du hast schon auf die Bühne gestanden. Kennst du, dass du in der Folge das gedruckt hast, dich als ein Rübser drückt? Ja. Ehrlich? Scheiße, oder? Boah, das ist so ätzend. Aber Gott sei Dank habe ich es runtergeschluckt, ist alles gut. Und wir können genauso gut weitermachen. Geil, machst du auch Röppmusik? Ja, sehr geil, sehr geil. Das merkt man, du gehst ganz schnell ab. Ihr geht alle ganz schnell ab. Ja, danke. Sollen wir anfangen? Ja! Sollen wir anfangen? Ja! Na also. Sollen wir anfangen? Just one more moment. Metal we've seen it. Like 100 soldiers. And maybe you're feeling. Time to be honest. It's unprecedented. Please don't feel lonely. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn man, der Herr sagt es, mit dir, dass du bei mir zu Hause bist, dass du dein Zaubergebiet bist, dass du bei mir Leut deine Zaubergebiet bist. Wenn du, wenn du deine Zaubergebiet bist und dann bist du, wie du bist, und du dein Bauch bist zu sein, dass du bei mir gehörst bist. und du denkst, dass du bei mir gehörst ist. Das war's für mich, das war's für mich. 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 Das war's für mich. Das war's für mich, das war's für mich. Das war's für mich.